hier geht doch jetzt muss ich doch mein DS mal wieder weglegen und mich wieder anständig hinsetzen hier na dann barfs, barfs, moah, barfs boah, der Kamel, Scham von eben sieht er dabei ok ok was i kill this guy, praise the sun haha ja ja Oww Okay, dann fliegen wir mal eine Runde. Verstärkt die Front, wir werden angegriffen. Trocktschlachten. Ist unser Heiler gerade echt verreckt oder? Ja, runtergefallen. Okay, die sind schon immun da unten. Ah ne, die meinte, das war nur das Willig-Drachen-Rufer. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier noch weg... Okay, die kriegen schon kaum noch Schaden. Wir kriegen auch schon keinen Schaden mehr da hinten. Nö, irgendwie... Kein Input mehr da. Ich glaube, wir können fast bis zum ersten Boss durchlaufen. Ja, der Trash da vorne halt, der sich nicht kaputt machen lässt. Ja, der hat sich nicht mehr weiter kaputt machen lassen. Wir haben zu viel Leck gebombt. Ja, aber die Gruppe ist nur die, wo jetzt da kommt, die lässt sich standardmäßig nicht so weit runterhauen. Und die bin ich bis jetzt noch nie in diese Indie rumgekommen. Das ist bloß dummer, weil es gerade kein Heiler da ist, sonst würde ich ja rein. Ja, der Trottel, der ist jetzt auch nochmal auf die Drachen stiegen. Das bringt ja jetzt gerade so viel. Na, den Trash könnte man ja schaffen da, das, wo ich gerade hingucke. Den müssen wir aber eh nicht machen, aber gut. Macht man halt schnell. Tot, Zweiter ist tot. Dritter ist tot. Vierter ist tot. Okay. Den Trash steht ja nicht. Komm, machen wir. Mit ein paar Dev-CDs geht schon. Heiler werden irgendwie echt wie überbewertet. Ich opfer mal meinen Leerwandler nochmal. Okay. Ich bin nicht ohne mehr erwarten, meinen Befehl. Ihr habt keine Chance. Reif an, ihr feiges Geblob. Und da geht er da und da und da hat er getroppt. Das spricht nichts Interessantes. Der Charrier hat seine CD gezogen und ich habe meinen wieder vergessen zu ziehen. Bin trotzdem über ihm im Schaden. Okay. Dann machen wir die Trash-Gruppe hier nochmal schnell mit. Die nächste Gruppe will ich nicht mehr pullen, bevor der Post da ist. Gibt's uns bloß wieder Chaos. Chaos everywhere! Lass mal den Traumguss mal kommen. Der ist sowas von potthäßlich. Nein, Drongo ist wieder ausgeweicht, wenn er nicht fertig wird. Komm mal hier rauf. Großer. Aber Drongo schwebt halt ab. Ach, Schwerte, okay. Das ist die angenehmste von seinen Phasen. Der macht da nix blödes. Ich glaube, ich liebe den Musik hier drin. Ich spiel ohne Musik, ich weiß nicht. Level 85. Naja, wenigstens soll ich dich ein bisschen aufkohlen. Ich hab 72% bis ich... Also, äh, ich hab halt 72% vom Level. Nachdem wir sowieso nicht alle vorbeikommen. Wir brauchen einen EP. Ja. Ich krieg jetzt eh kaum mehr EP von denen. So 60 bis 118 EP hab ich von denen jetzt noch bekommen. Läuft bei dir, äh... Das heißt, du hast jetzt wieder ein bisschen Gelegenheit hier den Rest aufzuholen. Ja, ich hab gepullt. Ja, ich hab gepullt. Na, die packst doch allein da hinten. So angeschlagen, wie die sind. Sieht so aus, ja. Das hab ich auch bloß wieder meinen Schattenbrandknopf vergewaltigt. Äh, merkt man. Bisschen, ne? Schattenbrand. Schattenbrand. Einzige Schadensquelle. 5500 DPS trotzdem. Oh. So, jetzt müssen wir den Zwilligdrachen... Aber... Ja, wenn der Monk seinen Touch of Death mitmacht, dann... ...kippt alles um. Irgendwie angeschlagen sind die da vorne. Ja, passt. Die Inni wäre eigentlich relativ schwer, wenn man den Drachenflug am Anfang nicht hätte. Mhm. Zumindest, was ist damals in der HC-Version. So. Einer der Bosse, die früher immer ausgelassen wurden, weil es hier für die meisten Leute zu schwer war. Ja, aber eigentlich... Ja. In der HC-Version war er recht schwer, ja. Er hat Movement von DDs und Ads zu klatschen benötigt und... Ja. Du weißt ja, wie Randoms immer so sind. Du wirst tun, was ich sage! Fang euch! Wenn sie euch nicht töten! Valyona macht schneller, mein CD läuft aus. Heute ohne Terradion. Und heute im Ring. Haha. So hat sie das angehört. Ich werde nicht für euch sterben, Draga! Ich werde nicht für euch sterben, Draga! Ich werde nicht für euch sterben, Draga! So, nicht vergessen den Boss zu looten, der hat ein Quest-Item. Haha. Danke für die Erinnerung, jetzt vergessen. Du, ich hab... äh... Ich hab neulich ne Menge Charaktere mit Alter hochgespielt und der vergisst das mindestens genauso gern wie du. Haha. Haha. Drache. Nö. Oh. Ich bin immer noch bei 1% vom Level. Gerade. Haha. Dead Damage! Da freut sich jemand. Ja, komm, das war jetzt aber auch geil. Ich mein, unsere Teammates kamen zu nichts. Ja, ich hab's so kurz angetenkt und du hast sie umgehauen. Aber gut. Ich hab dir aber auch immer schön vorgeschwächt. Da bombe ich nämlich immer. Ja, du hast... Du hast ja auch genauso rund... Ach, fuck. Es geschafft, mein Textfenster zu öffnen und zu schreiben. Uh! wenn ihr genug brauchbar ist. Wiss der eigentlich auf dem Level aufverpackt? Hm? Der? Nicht, dass ich's wüsste. Guck mal... Guck mal... der... Oh, das war mal ein sinnvoll gezogenes ht. Juhu, du für 85. Tempo Trinket, Heil- und Schadenszauber, Zaubermacht, nö, was haben wir hier, Stärke, Meisterschaft. Oh gut, brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt. Okay, dann raus, rein, Quests abgeben. Wie sich das anhört, raus und rein, Quests abgeben. Schon fast so wie rein, raus, Geld her. Ich habe gleich eine nächste Quest bekommen, Befehl des Königs. Was wollt ihr, Fremde? Hast du irgendwelche Platte? Nö, willst du nicht. Da dürfen wir in André den weißen Bauern aus dem Pandaria... Der weiße Bauer. Der Bauer. Bist das ein Bauer. Und die noch Bauer. Bist das ein Bauer.